Wie bescheuert 30 Sekunden, Männer Ja, ihr müsst rein, ihr müsst rein, irgendwie NEIN! Jäger kommt von unten Scheiße, Jäger ist bei Gottes Waffe unten Ja, lass mich legen Smoke, Smoke weiß ich nicht Wir sind, bleib hier oben Bleib hier oben Staubi geht zurück Ah, okay, da hat mich Staubi da Der andere ist unter dir Kommande, der andere ist down Der ist auch, glaube ich, down, oder? Ne Ne, beide sind auch Er schießt durch die Wand, Commander King Schönen Alter Jäger ist hier oben, glaube ich, gewesen Da in der Tür, wo du guckst Glaub ich Ja, ne, ne, der muss im Raum drin sein Ne, der muss unten sein Ne, der muss unten sein Ja, der muss hier nicht ein, stimmt Bleib safe, lass den hochkommen Bleib safe, bleib safe, bleib safe Der muss eh die Treppe kommen Gieß doch mal durch, durch den Boden Nein, 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 lass ihn mal Lass ihn mal, lass ihn mal Der kommt Genau, wenn du nämlich durch den Boden schießt, dann macht der da nämlich auf Psch, 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 psch Psch, 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 psch Psch, psch Keine Drohne mehr, Commander King Nope Weißt du, äh hier Weißt du was du machen kannst? bei der tür kannst du ein termite ladung ansetzen und dann sprengst du da auf ich habe einen schon rumstehen ich kann müsste die dann holen es geht nicht ich kann kein termite legen männer ich habe in die hänge wenn er der schiebt von unten bleibt lockerer schiebt von r das guckt dass du nicht irgendwo am loch stehst also mach mal der mute kaputt da den mutter rechts von dir kommandert ihm bekannte sprengen einfach nur zur ablenkung da ist der mute er bleibt alledem selbke exakt sehr schön das ist eine schöne position gehabt top sehr gut aber er ist ja auch kurz und 0 Klasse. Er muss sich auch mal demonstrieren, habe ich gesagt.